Und weiter geht's Illumils mit einer neuen Folge hier in The Hunter Call of the Wild. Heute schauen wir uns mal den Schießstand an und versuchen mal hier richtig schön über Kimmel und Korn beziehungsweise mit dem Scope genau und präzise zu treffen. Also das ist natürlich das A und O, wenn wir jagen gehen wollen. Wir müssen auch treffen, ob das hier so ein roter Eimer ist oder ein roter Fuchs. Egal was, es muss eben auf Entfernung genau getroffen werden und zwar am besten exakt da, wo wir hinwollen. Denn wenn wir so ein winzig kleines Herz gefühlt in so einem Tier quasi genau anvisieren und dann losschießen, dann muss das natürlich auch sitzen. Also dafür ist dieser Schießstand hier natürlich ideal. Das heißt, wir gucken hier auf der Map Hirschfelden, unten rechts auf dieser kleinen Insel. Das ist auch manchmal schon ein bisschen markiert, dass da wie so ein heller Punkt, wie so aufgedeckt, dass das so ein bisschen schon leuchtet. Und da rennen wir jetzt einfach mal hin. Es scheppert auch schön, weil es gerade ein bisschen regnet. Regnet es? Zumindest hier am Doch regnet es, hört es sich so an. Da ist er, Schießstand aufgemacht. Jawollski. Das Schöne ist hier beim Schießstand ist das so, dass wir keine Munition verbrauchen. Das heißt, wir sehen das hier unten. Dieses Endloszeichen ist da dran und wir verbrauchen quasi keine Munition. So, jetzt können wir uns hier eine Position aussuchen. Ist es wirklich gerade am Regnen oder ist es nur dieser Sound hier in der Nähe? Regnet doch gar nicht, oder? Ne. Gucken wir mal. Ist tatsächlich immer noch so. Ich schaue mir das mal eben an. So, was habe ich gemacht? Ich habe einfach mal eben neu gestartet. Ist ja nicht auszuhalten, wenn es hier die ganze Zeit aufs Blechdach prasselt. Also, das Dingeln mit der Nulldistanz. Ja, wie komme ich da überhaupt drauf? Es gibt hier unter den Vorteilspunkten beim Gewehr ein, ich sag mal, oder die mit einer der wichtigsten Fähigkeiten, eine der Schlüsselfunktionen sozusagen auch im Game für ein ganz entspanntes Zocken. Man kann zwei Punkte rein investieren. Das sind für mich immer die Punkte, auf die ich als erstes gehe. Ob hier oben rum oder unten rum. Das ist für mich essentiell. Nulldistanz freischalten. Und dann aber auch aktivieren sozusagen. Man kann ja verschiedene Sachen halt aktivieren. Sobald das dann aktiviert ist und man hat ein Gewehr in der Hand, sieht man unten rechts dieses Wurfding mit diesem F-Zeichen da unten dran. Das heißt, wenn wir F drücken, verstellen wir quasi die Nulldistanz von 75 oder von 300 an auf 150 auf 75. So, das heißt, wenn wir jetzt hier uns ein Ziel mal holen, sagen wir mal ein, was haben wir denn hier dran? Nehmen wir mal ein 150er. Und jetzt sind wir hier auf A8 und wir stellen unser Gewehr auf 150 ein. Können wir jetzt noch ein bisschen ranzoomen. Halten die Luft an. Und ihr seht, wir haben zack, genau in der Mitte vom Fadenkreuz, genau die 150 Meter. Das Ganze ist ein bisschen tricky, wenn man das mal irgendwie auf die Schnelle nachgoogelt. Ich habe das gerade auch mal getan. Kommen zunächst erstmal eine Handvoll Seiten mit Fehlinformationen. Von wegen, das hat was mit dem Wind zu tun und weiß der Geier was. Bullshit. Es ist einfach eine Kombination oder eine logische Kombination aus der Optik, dem Scope, was natürlich eine gerade Linie quasi ist. Wir gucken gerade auf unser Ziel. Und wir haben das Gewehr, was, ja man sagt ja Bullet Drop, also was eine Bogenbewegung ist. Das heißt, wir haben einmal eine gerade Linie und wir haben diesen gebogenen Schuss sozusagen. Ab einer gewissen Entfernung aufgrund der Schwerkraft, aufgrund des Luftwiderstands und so weiter, lässt natürlich der Schuss irgendwann nach. Er wird quasi langsamer und fällt immer mehr weiter runter. Das heißt also, diese Kombination aus gerader Linie und Bogen, das ist jetzt quasi der Schlüssel, in dem Punkt, wo dieser Bogen diese gerade Linie trifft, das ist quasi dieser Scheitelpunkt, da stellen wir diese Nulldistanz drauf ein. Und das machen wir halt über das Scope sozusagen. Und wenn wir hier einstellen, dass es auf 75 Meter ist, dann ist dieser Scheitelpunkt zwischen gerader Linie und Bogen auf 75 Meter. Wenn wir es auf 300 Meter einstellen, ist es halt auf 300 Meter. Das bedeutet, in dem Moment ist das Fadenkreuz, die Fadenkreuzmitte jetzt gerade auf 75 Meter, jetzt auf 300 Meter und sonst dann eben hier auf 150 Meter. Ist ein bisschen tricky, das Ganze. Aber von der Idee her, was da jetzt eigentlich im Hintergrund passiert, eigentlich wurscht. Der Knackpunkt ist, wenn wir jetzt hier ein Ziel zum Beispiel haben, machen wir jetzt mal, sagen wir mal, ist es auf 200 Meter. So, wir resetten mal eben. Reset it. Jetzt haben wir immer noch auf 150 Meter eingestellt. Jetzt muss ich eben die Luft anhalten. Man merkt einfach, dass es hier ein Low-Level-Account ist. Der hält leider gar nicht so wunderbar präzise, auch beim Luftanhalten inne. Na, da bin ich ein bisschen drüber gegangen. Wir resetten nochmal. Dass ich nochmal genau... Halt. Luft anhalten. Das war jetzt genau... Das war jetzt genau in der Mitte sozusagen. Aber ihr seht, es droppt ein bisschen drunter. Das heißt, es ist auf 150 Meter der Knickpunkt sozusagen. Aber es fällt... Das Ziel ist ja 200 Meter entfernt. Das heißt, es fällt noch ein bisschen weiter. Deswegen geht der Schuss ein bisschen tiefer. Das ist der Knackpunkt, warum man eben dann in dem Fall... In dem Fall... Wenn man sieht, es ist 200 Meter entfernt. Gehen wir mal eben hier auf ein Entfernungsmesser. Wir sehen, unser Ziel, unser Tier ist 200, sogar 201 Meter. Wir stehen noch ein bisschen weiter hinten. Unser Ziel ist 200 Meter entfernt. Zack. Aber wir können nur mit dem Gewehr... Das hier hatten wir gerade. Wir können mit dem Gewehr nur auf 150 Meter zielen. Das heißt, wir müssen ein bisschen drüber gehen. Und zwar, wir sehen, wie viel drüber... Ähm... Ist es jetzt gerade weg? Jetzt ist es gerade weg. Zack. Also, wir schießen nochmal drauf. Und auch da... Bisschen drunter wieder. Also, wie gesagt, es ist kein... Es ist kein Riesenunterschied. Ähm... Es macht sich halt so auf 200 plus Meter so langsam bemerkbar. So, jetzt habe ich das Ganze hier nochmal eben auf 400 Meter eingestellt. Ich bin immer noch auf 300 Meter genullt. Ja, mittlerweile irgendwie kaum noch... Kaum noch auszumachen. Eins, zwei, drei. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier auf A6. Und es sind... Sieben... Acht. Okay. Sechs, sieben, acht. Also sind wir da. Das sieht so schräg aus, ey. Naja. Aber muss ja, ne? Sieben, acht. Also hier. Alter, drastisch. Drastisch. Also, mir würde es reichen, wenn ich jetzt das schwarze Feld treffe. Auf die Entfernung. 400 Meter Entfernung. Ich bin auf 300 Meter genullt. Das passt. Ich gehe mal noch weiter drüber, dass wir jetzt genau ins Bullseyei sozusagen treffen. Probieren wir es mal. Ziemlich genau. Jawohl. Aber ich muss quasi... Ihr seht es ja, wie weit ich im weißen Bereich quasi bin. Zack. Und getroffen. Also ein ganzes Stückchen drüber. 100 Meter weiter weg. Ganze Stückchen drüber, um das überhaupt treffen zu können. Auf 300 Meter genullt. Und so weiter und so weiter. Das ist das Ganze mit der Nulldistanz. Das ist der Punkt, ähm... Ja. Warum ich halt als allererstes gerne die Nulldistanz nehme. Natürlich auch in der umgekehrten Richtung dann wichtig. Wenn wir hier auf 50 Meter sind. Zack. 50 Meter. Und wir sind auf 75 Meter genullt. Da ist es jetzt nicht so gravierend. Das heißt, wenn wir jetzt schön mittig sind... Baller das natürlich auch schön mittig rein. Ähm... Theoretisch... Theoretisch... Sind wir... Ähm... Gehen wir natürlich oben drüber. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf... Die Nulldistanz mal auf 300 machen. Sind aber hier auf 75 immer noch. Seht ihr? Geht es schon mal ein ganzes Stückchen drüber. Ja. Es ist immer noch... Immer noch human. So doll wirkt sich das auch im Game nicht aus. Aber ihr seht, es geht halt drüber, ne? Also. 300 Meter genullt. 75. Schön Luft anhalten. 75. Ne. 50 Meter waren es glaube ich sogar nur. Ja. Auf 50 Meter. Und es geht halt ein ganzes Stückchen drüber. Also. Das ist halt der Knackpunkt. Und wenn ihr das Ziel... Also ihr habt die Nulldistanz eingestellt. 75 Meter jetzt als Beispiel. Wenn ihr seht, das Ziel ist ungefähr 80 Meter entfernt. Durch euren Entfernungsmesser. Dann halt ein bisschen drüber gehen. Wenn ihr seht, das Ziel ist vielleicht nur... Ihr habt auf 75 genullt. Das Ziel ist vielleicht nur 30 Meter entfernt. Und ihr wollt trotzdem durchscopen hier. Dann halt ein bisschen drunter gehen. Oder in meinem Fall. Ich nehme halt gerne Kimme und Korn. Zack. Schießt dann halt auch drauf. Ist halt nicht ganz so präzise. Aber im Großen und Ganzen passt es auch noch. Kann man machen. Das war es zur Nulldistanz. Ich hoffe, das war einigermaßen hilfreich. Und nicht ganz so verwirrend. Und ich hoffe irgendwie so einigermaßen verständlich. Einfach mal hinstellen hier zu dem Schießstand reisen. Hinstellen. Ein bisschen rumprobieren mit den Waffen, die ihr hauptsächlich verwendet. Und dann natürlich auch die wichtigsten Entfernungen. Also hier dieses 75, 150, 300 Meter ausprobieren. Ein bisschen testen. Und dann euch immer schön vorstellen, wo im Tier sind genau die Flecken sozusagen. Wo wollen wir treffen? Wo ist das Herz im Idealfall? Und dass wir dann sagen können, okay, genau da rein. Da ist das Herz und da schießen wir hin. Wenn ihr das Ganze geholfen habt, gerne einen Daumen da lassen. Den Kanal abonnieren. Da hinten pfeifen schon wieder die Rehe. Und ich glaube, ich gehe mal wieder auf die Jagd. Bis zum nächsten Mal. Weidmannsheil. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.